Willkommen zur 245. Folge von Towns Unterwegs 61 Punkte haben wir da nur noch, das ist nicht so doll Sie ist hier am Abarbeiten Also kann ja jetzt nicht mehr ganz viel leer unten blau sein, oder? Wir müssten eigentlich jetzt mal langsam den Keller in Schwung bringen, also noch eine Etage tiefer Hier unten ist noch was, okay Jetzt bitte die zwei machen Ne Also den erst, okay Ja, von zwei Okay, drei Vier Fünf Sechs, da bin ich schon glücklich, dass das abgearbeitet ist Jetzt vielleicht die beiden noch Das sieht gut aus Aber super Jetzt geht die Reise nach oben, oder wo geht's hin? Das ist die Frage, ne? Ne, glaube nicht, oder? Oder doch? Komischer, bin ich nach oben, oder? Ne, geht nicht hoch, geht hier Okay Hier ist noch ein Loch Da ist noch wer drinnen Aber jetzt geht sie hoch, oder? Aber da haben wir schon die zweite Person dann Weil sie geht jetzt hoch, ne? Oder? Ne, sie kloppt da noch was ab Gucken wir nochmal, wo sie hingeht Okay, jetzt noch nochmal hier hin, oder? Doch Die beiden Löcher nochmal Und jetzt Ah, er hat hier entdeckt Da geht auch noch ein bisschen mehr, mein Guter Ah, super, ne? Da kommt der nächste Held Na Wird da abgeklopft Einer Und da Auch einer Und jetzt geht wer wohin Hier wird hochgegangen Und der Oder die Geht auch hoch, oder? Ja, sind beide fertig, sozusagen Was macht der Händler eigentlich? 83,50 Das sieht nicht so gut aus Äh, dann gucken wir mal gerade, was der hält Ah, der hat hier schon was entdeckt Beziehungsweise die beiden Hier geht's aber noch ein Stück weiter Vielleicht Vielleicht aber auch nur Na, geh doch mal da in die Ecke dann Ja, super, da ist nix mehr Dann ist das erledigt Oder denken wir, es ist erledigt Ob's das ist, ist ne andere Frage Da wird was zu essen geholt, oder was? Auf jeden Fall Hunger Zweite Person ist Beim Schlafen wohl Haben wir die erste Person Die dann hier irgendwo jetzt ist Ah, sitzt da am Brottisch und ist Jetzt nicht mehr Steht sie noch, ja Ja, geht wieder runter Oder sie vielmehr Hier sind wir Und Haben hier noch einen abzubauen Geht hier lang, das heißt Hier irgendwo muss noch was sein Da ist noch einer Okay Und dann Geht er ist nach oben, oder? Oder ist schon der dran? Aha So Die Treppe wurde gerade gemacht Ja, jetzt wird's schwierig, ne? Alter, das könnte auch daneben gehen, ne? Alter, unten ist schon jemand, der Wahrscheinlich nicht schlecht ist, hier unten Jetzt ist die Frage, wo unsere Männer können sind Ich geh mal den Weg hier, weil ich glaube, sie Wird irgendwo hier sein, oder? Wo läuft'n die jetzt lang? Das ist okay, macht ihr irgendwas anderes dann, oder was? Gibt's hier denn irgendwas zu machen? Das ist die nächste Frage, ne? Ich glaube nicht Ist jetzt da Aber wir haben eine Pause dran, oder? Was war denn überhaupt? Angriff, okay Und zwar Ein Dieb und Ein Dieb? Haben wir schon mal ein Dieb gehabt? Glaube nicht, ne? Aber wir gehen mal hier gucken Okay, da waren noch zwei Stellen jetzt zum weghauen Hat's aber auch nicht gemacht, oder? Das dauert jetzt zu lange Gucken wir mal nach der Und dann Die geht hoch Ja, die gehen alle hoch Ist jetzt da oben Und bastelt irgendwas Okay Ach so, das heißt Unsere Bergleute machen gerade Fußplatten Und hier wird Blaues geholt, kann das sein? Ja Ja Sieht so aus Oh, und das ist ein weiter Weg Uh, stirbt wahrscheinlich unterwegs, ne? Und hier war die Abkürzung Und hier ist die Treppe Wird immer langsamer Ist die Frage, ob die also überhaupt noch hoch schafft, ne? Wegen Hoa und so, ne? Oder? Gefährlich Ist noch hier Geht da weiter hoch Das ist zum Glück schon mal oben angekommen Und macht jetzt was Die Platte fertig Und legt die dann da hin Und geht dann hoffentlich was essen Und stirbt vorher nicht vor allem, ne? Guck mal, hier liegt auch noch einer Wo geht denn die Reise Bitteschön jetzt hin? Wow Und jetzt aber Ruhe dich was essen, oder? Sieht jetzt auch noch nicht mal danach aus, oder? Doch Jetzt hier, oder? Ja Aber hoffen wir, dass er noch zum Tisch schafft, ne? Ich glaube, er ist jetzt gerade, oder? Ja Hat's wohl überlebt, würde ich sagen Ach so, beide gleichzeitig am Loslaufen Auf dem Blauen wird ganz viel schneller gelaufen, sehe ich gerade, ne? Okay Beide nach unten unterwegs Okay Okay, da haben wir dann das Problem Dass der Keller jetzt entdeckt worden ist Und Leider gestorben Und da kommt die zweite natürlich Um dieses hier zu machen Und auch gestorben So viel zum Thema Schaffen wir, ne? So Sieben Vier Elf Erntehelfer oder Essen Ich glaube, wir gucken mal bei Erntehelfer rein, ne? Vier Zwei Defense Drei Drei Angriff Vier Vier Zwei Hier aber auch Defense ist gut, aber Attack nicht Vier eins Mehr ist nicht Das bedeutet, diese Person ist schon die Stärkste in der Hinsicht, ne? Und da da unten schon die Helden wohl unterwegs sind Können wir dann auch jetzt doch tatsächlich denn Diese Person zum Bergmann machen, ne? Weil die Helden sind gerade am Kämpfen Und was ist das hier? Sneaky Cool Aber der Helden ist ja krass, ne? Hier ist auch noch einer Aber der Helden läuft hoch Hier ist die letzte Etage, oder? Tiefer geht's nicht mehr Äh, der war hier der Ghoul Oder Sneaky Ghoul Okay, da geht's natürlich auch noch weiter Ist klar Weiterentdecken Der Ghoul bewegt sich da lang Er bewegt sich wieder zurück Da kommt der nächste Held Sieben haben wir an der Zahl Das ist fertig entdeckt Das ist gut so Und Ah, da kommt noch ein Held Und macht den Ghoul hier fertig Der ging aber auch schnell jetzt Und geht wieder weg Auch krass Okay, der macht den Tunnel Immer ne Pause, ne, ne Er bleibt stehen Ah, hier sind auch wieder Sehr nette Tiere Zwei Helden sind hier drin Naja Aber das ist jetzt hier nicht so die Schwierigkeit wohl Die gehen noch nicht beide hoch Aber jetzt interessanterweise Aber die haben sich ne Axt geholt Oder sowas Okay Ja, geht noch ein bisschen entdecken Da kommt noch ein Bär hinzu Und da ist dieses komische Burning Pad Okay, der ist schon erledigt Okay, jetzt sind sie zu zweit die Helden Oder zu dritt sogar Ich glaube hier unten ist es auch besser Wenn es mehr sind Das war ein Zombie Und aufgeräumt Die sind wieder hochgegangen Aber hier haben wir noch einen Helden Der hat die Ecke freigeguckt Und wo geht's lang? Na, oh, wer pickt denn da? Okay, das war hier Und hier geht's weiter Oh, das Wasser ist bis hier unten Alles da Na, der Gang hört da gleich auf, oder? Ne, da ist noch ein Raum Aber dann geht der Helden zurück Hier unten wird gekämpft Leider konnte ich nicht sehen gegen wen Langer Tunnel hier Niemand geht ihn beobachten Ah, hier geht ein Held Und geht wieder zurück Vielleicht hat er sich da auch eine bessere Waffe geholt Kann natürlich auch sein, ne? Jetzt dieser Held Geht da rein Und findet dort einen Berserkatroll Wehrtäuger Und Zombie Hier gibt's nix Da geht's weiter Zwei Helden kommen Einer geht wieder zurück Beide gehen zurück Beziehungsweise Der eine steht jetzt in der Ecke Und entscheidet sich nicht dafür weiter zu gehen, oder? Doch Ne? Ne, geht zurück Hier unten wird weiter entdeckt Und hier, was ist das für einer? Ein Stone Golem Keine Ahnung, was das alles für Viecher sind Okay, hier gibt's noch einen Gang wieder Der geht da lang Ne, geht doch nicht da lang Geht wieder zurück Und hier lang Okay, dann haben wir hier noch einen Cave Troll Weiß ich, was das für einer war Hier geht's noch weiter Also manche gehen ja ganz schnell zu schlagen Und manche brauchen sie ewig für, ne? Interessant Ruhl Wervolf Traug Wervolf Cool Erledigt Weiteren Raum entdeckt Okay, geht der jetzt da unten hin Und guckt da weiter Eben wurde ja vor dem Ende kurz vorher umgedreht Ah, ein Wervolf Ne, so Pet da Ah, guck, der Paffe wurde ausgetauscht Hier ist wieder Gucken wir mal, ob die das jetzt da entdecken Okay, der Bär geht durch, aber nicht weiter Gehen wieder zurück Da kommt noch einer Vielleicht entdeckt der ja da was Ja, wieder zwei Zentimeter mehr Und irgendwo anders wurde noch gekämpft hier, okay The Burning Pet Tot Da ist die nächste Höhle Das ist doch ja auch ein einfacher, ne? Naja Die Helden sind ziemlich gut Aber der, was war das? Ah, schade Konnte man nicht sehen Schon vorher gestorben, ne? Hier steht Norvair Und Gould Burning Pet Wir sind hier unten etwas mehr vorne Ne? Geht zurück Kommt er da vorbei, oder? Ne, er wird angegriffen Aber auch kein Problem, ne? War der nicht schon am Rückweg? Ich glaube, ja, oder? Okay, da liegt ein Hammer Hier geht's jetzt weiter Na, da ist bestimmt auch noch ein Raum Genau so ist es Aber da ist dann Sabbat, oder? Ne, hier unten könnte noch ein Gang sein Oh, da ist auch einer Ja Vielleicht ist hier hinten noch was Und hier, der Held tastet sich vor Und da gibt's einen Raum Und da gibt's auch Gegner Einen Vampir Da ist noch wer Okay Er geht da nicht weiter Er geht auch zurück Nein, er geht hier nochmal rein Da können wir nochmal sehen vielleicht Ja, da ist noch wer Zweier Okay Macht er jetzt kaputt, oder? Ja Gut Der müsste jetzt ja dann hier hingehen, oder? Ja, tut er auch Ah, hier ist das Ende Irgendwo anders wurde gerade jemand geschlagen Wo geht's denn weiter? Da, okay Hier auch noch Was ist das für ein Vieh? Konnte ich nie lesen Sneaker Blade World Okay, da sind noch ein paar Wehrwölfe, oder? Und der Wolf Oh, jetzt wird's ein bisschen ernster Aber die sind schon ziemlich gut ausgestattet Um den Oger zu schlagen Und diese Sneaky Ghouls Oh, da kommt noch jetzt einer Flott hinter Silk the Wolf Aber alle tot Ja, okay Wir denken Ich mal Machen hier wieder einen Cut Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen Würde mich freuen Wenn ihr in der nächsten Folge Dann auch wieder mit dabei seid Wenn ihr noch kein Abo habt Dann macht das Falls euch die Folge gefallen hat Gebt einen Daumen hoch Und macht die Glocke an Damit ihr für die nächste Folge eine Info kriegt Und dann würde ich sagen Bis zur nächsten Folge Tschüss